So, heute für euch ist die Vaporizer von Blackbox, nehmen wir uns mal die Rückseite an, eine NM von 25 Gramm, 10 Stück sind drin, gucken wir euch mal in einzelnen an. Das sind eigentlich wie normale Superböller, Bandung auch nicht besonders, sieht eigentlich sehr ranzig aus. Aber vielleicht können die ja was, mal gucken. Sind aber gar nicht so schlecht. Geht. Ja, die haben echt was drauf, hätte ich nicht gedacht. Alleluia! Peace!